im Jahre 80 der muss ich ich nehme so Okay, mal Sie So Gut Ja Ja So Und rein damit zum Übersetzten Der Strom wurde zum Übersetzten Perfekt, jetzt kriege ich Rohbretter bestimmt zum Laufen Also Oh Ich ho Ausgeh Hurra Duft Dar Hey Hm? Hallo Was? Äh, 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 äh Hm, das, hey! Die Ma... No... Hashi... Kann ich ihn hab? I... Tio... Hm, hm, hm Let's go! Keh, den Attenkkel! Wuh... Wuh... Okay! Wie? ... K... ... ... ... Na... Hey, hoge! So. Gut. Das. so 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 Die Die Das laut Gesell Die Fack Wir Facken. Hm. Eng. Eng. Nein. Wie. Ich. Hoffentlich fun- Das. Hey, Fanny. Spie. Ok. Bitte Ich Den braucht er nicht mehr Haha So So Ich hämmere den Was nun folgt ist kein Ich Na Sie Da Hier Der Das Ein So Ich Das aber halt, dass ich das ...jö, jö, w- 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 h- h- endo 10 Ja, ich bin auch krass Du kannst mich so- Du meinst die Alien? Okay. Ein paar aber... So, das ist unser Vert... Das... Ah! Ich muss den Planeten-Code... Ich hab die Flugdaten! Was zum... Ein aber... Okay. So, das ist unser... Ah! Hier schlä... Ich... 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 Aber den Lappen ruh' ich nicht an! So, jetzt! Ich habe den roten Kristall draufgelegt... Ich hab... Jetzt habe ich blauen Kristallstaub... Ich habe den Stein auf die Arbeitsplatte gelegt... Okay! So! Jetzt müsste der Behälter schwerer sein! Den Behälter... Rohbretter... Ich... 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 Ich nehme einen... Muss das... So. Ich nehme einen. Ich habe... Gut. Ich habe den Ionenwöffel drauf. Gute Ionenwöffel. Mal sehen, Ionenwöffel. Hoffentlich Ionenwöffel. Probret. Ich habe schon einen. Das ist... Ich ziehe ihn raus. Muss das... Jetzt... So. 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 Könnt Du Die Aaaaaah Waaah So Jetzt hol ich euch da Also hör Alles Keine Fid Oh Oh Hui Ich habe das Objekt mit dem schwarzen Loch in das Gerät eingesetzt. Okay, ich habe... Entschuldigt. Ich gehe runter zum General. Wer bin ich? Ich habe meinen Datensatz importiert. Okay, ich habe den Pazifismu. Okay. Angreifen, plündern, verbrennen. So, der Datensatz wurde importiert. Ich spiele weg hier. Lauft, Jungs, lauft. Das war's. Niggi, ja quatt. Genial Also wahr Ich glaube die Koordinaten waren 66,7 Grad Breite und 50,8 Grad Länge 66,57,8 Hm, dann sagt mir nichts Ein toller Navigator bist du Bring uns irgendwo hin, ganz weit weg in die Tiefen des Alls Ei, ei, Captain Warte mal 66,57,8 Aber das ist ja Hm, schau mal Frank Wir haben einen neuen Zellen genossen So, so Wie bist du denn hierher gekommen? Wo bin ich? Oh nein Das Hochsicherheitsgefängnis von Space Tralien Lass mich raus Brave Und das Hals